Ähm, was macht ihr da? Ich hab die Kamera gedreht! Ich verprügle, Nini. Lass es zum Hänkern. So, die muss man hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, hast du gewürfelt? Nee, du wirst doch dran. Nini, Lern ist dran. Wie sieht das? Ich bin langsam verwirrt. Ich gerade auch. Bin ich jetzt dran, oder? In Zeit für Zeit bist du jetzt dran. Okay, dann bin ich jetzt dran. Eine 4. Eine 2. Und eine 6. Fast ein Scheiß. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott sei Dank. Von mir hat er geküsst. Oh, wof. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hast du nur keine Einswürfen. Okay, wenn du dann Einswürf willst, bist du eh da unten. Ich sag, dann bin ich jetzt zurück am Start. So. So, Zwergi, wie sieht's aus? Ich bin wieder dran. Eine Eins. Yay. Ja, geht doch. Endlich. Endlich darf ich mal wieder mitspielen. Und nochmal. Eine 6. Jetzt kann ich sie gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ganze Zeit habe ich 6 Würfel und jetzt brauche ich sie. Jetzt musst du wieder aufholen. 1. Ach Mann. Was macht dich gerade noch? Achso, da sind deine Stände. Nee, nein. Hier so. 5. Mhm. Ich bring erst mal lieber den hier in Sicherheit. Ich glaube, die Blauen sind nur verwirrend, wenn man die mitten aufs Feld stellt. Nee, das mal nicht. Die verwirren halt nur. 2, 4, 6. Ich bin dran. Okay, eine 4. 1, 2, 3, 4. Oh. What the hell? Ja. Es ist mir aufgefallen, dass es einen Markierungsturm gibt. Kann man auch das ganze Fels bewegen, kann man auch hier alles anfassen. Ja, komm. Ja. Drei. Hat schon jemand irgend... Wurde schon irgendjemand aus dem Feld gehen? Ich kann mich innerhalb von Sekunden hier quer über das Feld bewegen. Nur so als Info. Aha. Ich brauche nur die eine Taste, halb nur den Controller bewegen. Dann bewegt sich das gesamte Feld unter mir. Aha. Aha. So. Sergi. Hat sich schon jemand jemand... Wurde hier schon jemand rausgeschmissen oder... Wie ist das hier? Bisher irgendwie noch nicht. Nee, nee. Vier. Na dann. Bis ich gleich komme. So, hier. Ach, du bist. Wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Wo ist wohl der Würfel? Ich kann das nicht sehen. Das Schöne ist, wenn ich ihn halt so hoch halte, kommt er auch nicht mehr dran. Oh, doch, verdammt. Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Zwei. Ich bin schon wieder. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nice. Ich kriege gleich den zweiten rein. Na, gleich ist noch ein bisschen. Jetzt dauert noch ein bisschen. Raum. Ja, lass dich schmecken. Ja, schmeckt er. Er schmeckt ziemlich gelb, würde ich sagen. Dein Würfel könnte ziemlich gelb schmecken. Habe ich so das Gefühl. Jetzt spielt. Bin ich jetzt so wieder? Jetzt spiel, jetzt. Komm mal. Sechs. Jetzt endlich mal. Ja, komm. Auf, mach hin. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Hast du fein gemacht, Prof. Mahlzeit. Aha. Ich schon wieder, oder was? Ich bin dran. Ja. Wo steht das? Sechs. Schon wieder eine Sechse. Ich krieg nur Sechsen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich könnte mal wieder eine Eins vertragen. Dann kann ich in den zweiten Spielfeld holen. Lapp. Du bist dran drauf. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, Gott sei Dank. Eins. Irgendwie ist die ganze Zeit hier in dieser Runde nur beinahe rausschmiss immer. Ja. Ich hab eine Drei. Eins, zwei, drei. Oha. Jetzt kann mich der Blaue rauswerfen, wenn er eine Eins wird. Ah. Jetzt kann mich Mordi rauswerfen. Frag mir immer schnell Mordi, ob er eine Eins gewürfelt hat. Ja, gut. Schick ihm mal mehr WhatsApp. Ich hab Mordi nicht jetzt Wurzapp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Juuuuh. Vier. Hey, die können wir in der Luft zusammenschlagen. Juuu. So, ähm. Zwei, vier, vier, acht. Äh. Mein Name. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Äh. Weg da. Da musst du eins zurück, oder? Nee. Ich dann hier. Eins, zwei, drei, vier. Also. Ah, okay. Pfui, pui, pui, pui. Das bin ich wieder. Fünf. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf. Fass am Ziel. Äh, am Start meine ich. Drei. Eins, zwei, drei. Wirfruhe. Drei. Ich hab auch die drei. Eins, zwei, drei. Das O ist stumm. Äh. Das ist stumm. Wann hat ein Prof gesetzt? Jetzt bin ich schon wieder, oder was? Ja. Das ist doch skandalös. Das ist ja. Ich hab dich immer ablängst. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Uh, fast wieder zur Hose. Fast zur Hose. Und fast bei Nenni-Lein. So, brav. Mir fällt grad auf, dass Nenni-Lein uns beide blockiert. Jupp. So sieht's aus. Zwei. Eins, zwei. Jo. Fein gemacht, Prof. Ja. Wer pingelt? Verwirre drei. Eins, zwei, drei. Ich bin dran. Sechs. Nice. Eins und zwei. Der Rest muss verfallen. So, Mist. Die hilft, hab ich drinnen. Eine Eins. Oh, eine Eins. Du holst dich den letzten raus. Verdammt. Nö. Das steht hier so mit dem einzelnen Stein. Das musste mal passieren. Das musste ich mal machen. Wo holt man den Tisch wieder? Es gab irgendwo die Funktion, das wieder zurückzuholen. Äh, da war's nicht. Nenni! Ich hab das Spiel beendet. Der weggeflippte Tisch wird nicht weniger geflippt, dadurch, dass du ihn wegflippst. Damit kann man jetzt wieder empflippern. Das sollte mir aber nach dem dritten Mal spätestens klar gewesen sein. Also, wir können resumen, wir können resumen game machen. Ja, das hilft aber irgendwie nicht. Das hilft nicht. Ihr habt das doch vorhin irgendwie gekriegt. Äh. Da hab ich ja was eingestellt. Ich hab jetzt das Spiel beendet. Weißt du, hast das Spiel beendet? Ne, hab ich nicht. Aber ich hab hier, ich hab die Tische umgehauen. Wenn wir das nicht resetten können, dann ist das Spiel hier irgendwie beendet. Cooler Hintergrund. Irgendwo kann man's zurücksetzen, aber ich weiß halt nicht wo. Modding. Game. Das ist es nicht. Options. Okay, das funktioniert nicht. Das ist diesmal nicht. Das ist nicht. Game. Da ist es nicht. Hä? System. Sex, ein Albstündenspät. Was zur Hölle? Was? Was ist passiert? Ein Tablet, auf dem man ins Internet gehen kann. Pericus Wonstor Open URL. Aha. Können wir jetzt meinen Kanal googlen? Geh mal her. Geh mal. Geh mal. Können wir mal ein paar Videos gucken von mir? Ich glaub, das funktioniert sogar. Doch, das funktioniert sogar. Äh, ich kann den Tisch nicht. Ich kann da nicht ranzoomen. Open. Oh, mein Kanal. Open. Abonnieren. Ja, ich muss jeden Link, den du aufrufst, erst bestätigen. Ah, okay. Mal gucken, ob man da wirklich jetzt einfach ein Video aufmachen kann. So, und damit seid gegrüßt, mein Lieben, Zwerge, Genome, Robbets und Enkele zu einem neuen Part. Mein Kurs mit dem Zwergfürst. Ich hab hier mal ein bisschen was zugebaut, da in den letzten Part. Der Kuiper ein bisschen was reingeschränkt. Hier hab ich das Proviso. Oh, stimmt, das hab ich ja auch noch drin rumfliegen. Ich guck jetzt hier mein Video. Oh. Ich glaub, das kannst du halt schon nur du sehen. Christian Solmecke. Dum 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 dum. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Rechtskanzlei. Ich hab jetzt Christian Solmecke im Hintergrund laufen. Können wir das irgendwie wieder pausieren? Ähm, machen wir erstmal Schluss, ähm, ähm, könnt ihr das Video mal ausmachen, bevor es wegwerft? Ähm, ja, so gut. Okay, ja. Wie gesagt, ich seh's nicht, ich hör's nicht. Ich hör's und seh's. Oh, ich hab gerade Against the Humanity hier im Modpack drin. Ist irgendwas mit Lego. Held der Steine. Aha. Stimmt, gibt's Lego für Tabletop Simulator? Das will ich jetzt wissen. Workshop. Okay, was machen wir jetzt mit der angebrochenen Zeit? Ich habe keine Ahnung. Noch ein Spiel anfangen? Warte, 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 warte. Das ist jetzt nicht das Richtige. Äh, pff. Was hab ich denn sonst gebraucht kriegen? Mhm. Was? Wenn ich jetzt auf Lodge drücke? Nee, das ist der Start. Das Mensch ärgere dich nicht. Wisst ihr noch, wo wir gestanden haben, oder? Nö, stimmt nicht. Sekunde, ich hab doch, ich nehm's doch auf. Sekunde. Ich geh mal kurz hier. Ich kann doch gucken in der Aufnahme. Jetzt müsst... Was soll Chaos? Jetzt müsste ich kurz die Aufnahmen pausieren, dann könnte ich mal kurz nachgucken, wo wir standen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, jetzt hab ich das Spiel mal wieder röwesettet. Wir haben ja auch. Ja. Wir haben einen neuen Hintergrund. Und jetzt können wir weiterspielen. Ja. Und keiner flippt bitte den Table. Nein, das machen wir nicht mehr. Nein, bitte nicht. So, wer war denn zum Schluss dran, bis einer ausgerissen hat? Ich hab hier noch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ja, okay. So, ne, nein. Eins. Du musst jetzt noch gucken, wo deine Figuren stehen. Ist alles viel heller auf einmal. Das Brett ist auch viel heller. Ja. Das ist nämlich ein HDR-Bild, also ein Umgebungsbild, bei dem auch die Beleuchtung eingefangen wird. Äh, ja. Vier. Ich darf nochmal. Fünf. Und ne Vier. Ach, verdammt, ich krieg schon wieder keine Einzelne. Aber ich finde es schön, wie viel... Da hat jemand sich richtig die Mühe gemacht, das Ganze einzuscannen. Da sind ja sogar Kaffeeflecken drauf. Ja. Einfach nur herrlich. So, brav. Ja. Ich krieg schon wieder... Ich bleib so schon wieder stehen, das ist... Kriege ich keine... Dafür kriegen wir die Einzelne. Ja, da ist halt nur so ein bisschen wege. Ein bisschen. Hallo. Oh, meine Figuren stehen. Alter, dort hier. Dort hier. Warte, da kann ich auch noch was... Kann ich auch noch den Pfeil ergänzen. So, drei. Da, da, da. Eins, zwei. Zu spät, Prof. Okay, jetzt seht ihr hier. Zu spät. Jetzt sind nicht alles voll. Wir können die Sachen nicht entfernen, Prof. Die Tränen müssen in den Sachen... Ich bin dran. Raum. Fünf. Da hat jemand die ganze Zeit Hunger. Zwei. Sechs. Verdammt. Was macht denn eigentlich diese Kette hier? Kette? Ich hab hier so ein Kettentool hier hinten. Joint. Ich glaub, du kannst Bauteile miteinander verbinden. Also, du kannst das Ding ja benutzen wie eine Sandbox. Aha. Schub. Sechs. Hey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da hört das Lied auf. So, lass den Waffe los. Lass den Waffe los. Oh. Okay. Oh, ähm. Wer ist jetzt dran? Ich schon wieder, oder? Ja, jetzt, ja. Hm. So. Ninla als Figuren mal miteinander verbunden. Sechs. Ein, oder? Okay, schon praktischer. Eins. Nice. Kann ich das Mini sogar lesen? Schön. Eins. So ich da raus? Und fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Prof. Storn. Bier nicht das. Du Bierst das. Okay, bin ich. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da hört das Lied schon wieder. Ein sehr langes, schönes Lied. Au. Ich hab mir nicht los gestoßen. Was? Es wäre geht. Ich hab die Figuren verbunden. Ich weiß nicht, wie man's rückgängig macht. Wie macht man's? Wie macht man das rückgängig? Jetzt? Ich glaub, jetzt hab ich sie wieder rückgängig gemacht. Nein. Ich hab die Figuren nicht bewegen. Doch, jetzt ist es. Ich hab das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Töcki! So, wie kann ich das jetzt? Müsst du doch jetzt. Nein, hab ich's rausgetrennt, indem zwei gleichzeitig getrennt. Warte, nimm mal den anderen. Ah, sehr gut. Gisst du jetzt wieder? Jetzt müsste es wieder gehen. Oder? Ja. Läuft ja. Prof, deine Feinde, die stören ziemlich. Kannst du deine Feinde mal wegradieren? Selbst vertüttel dich. Die stören die Optik. Jetzt bin ich dran, oder was? Ne, jo. Sechs. Ne, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich mach zweimal das Spiel kaputt und dafür krieg ich zum Beleumdung auch nochmal eine Sechs. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, du bist raus. Du warst auf Niniline. Ja, und du bist vorhin auch rein, als Niniline hier rumstand. Ja, weil ich mehr hatte, weil ich nicht auf den Punkt genau auf dem Feld genannt bin, sondern weil ich über sie drüber gelaufen bin. Ist eigentlich keine Argumentation, weil das hier keine offiziellen Spielfelder sind. Ja, ja, komm. Sind das keine offiziellen Spielfelder? Ja, von mir aus. Wollen wir nicht so kleinscheißerisch sein. Ne, eins. Und ich darf nochmal. Oh, er hat jetzt auch eine groß. Ne, zwei, eins, zwei. Poff, du schon wieder. Haben wir jetzt Niniline einmal überspielt, oder? Eins. Das bringt halt so viel, dass man dann nochmal würfeln darf, weil die Eins sind sechs. Darfst du nochmal würfeln? Ja. Sehr viel nützlich. So bei dir. Gutes Deutsch. Das geht halt so scheiß. Ne, ja. Sechs. Rückwärtschmensch, ärgere dich nicht. Oh, was machst du mit meiner Figur? Hallo. Komm. Ja. Hast du fein gemacht, Prof? So. Okay. Nein. Wo ist mein Waffel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe einen Nidenswürfel weggemacht. Ich weiß es auch nicht, aber mein Würfel ist nicht mehr normal. Dann nimmst du halt den Schwarzen. Der Matti gehört seit der Spiel kaputt hier. Mal ernsthaft, mein Würfel hat komplett Gravitation verloren. Und das schwankt auf einer Gang so. Was hast du gezahlt? Ich weiß es nicht. Wie hast du das geschafft? Was? Wie? Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht mehr. Wer geht denn noch? Ach, ich habe das Problem gefunden. Halt dich mal dran fest. Irgendwie hält man da nicht. Ach, jetzt. Ich habe meinen Würfel. Okay, sind wieder getrennt voneinander scheinbar. Halbwegs. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der meinte Würfel. Warte, 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 warte. Was? Was soll ich gerade machen? Taki! Was hast du so getan? So kann man sich denn auswählen suchen, was man würfeln will? Tja, nehmt doch einfach den schwarzen Würfel. Oh, das ist... Oh, das ist... Das ist der andere Eck nach uns als Fisch. Erstmal... Erstmal den grünen Würfel... Lass einfach mal runterfallen. Ich wollte die wieder gerade ent... entdingenzen. Dingenzen. Nee. Eingreißig nicht. Bup, 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 bup. Hm, was habe ich jetzt hier gemacht? Äh, einen Marker gesetzt? Verstehe. So. Hast du... Ich bin schon wieder dran, oder was? Nein, Prof. Der Grüne fliegt jetzt halt nur wild in der Gegend. drum außen rum. Wart mal, wart mal, wart mal. Wart mal. Demnach so, dass ich mich nicht erfahre. Jetzt müssten es eigentlich wieder gehen, oder? Sechs, zwei. Drei, zwei. Juppe ist unwachbar. Ja, Prof hat schon wieder alles kaputt gemacht. Du hast den schwarzen jetzt auch verbunden. Was? Warte, 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 ich entbinde ihn wieder. Kann ich ihn wieder entbinden und nicht nochmal hier. So. Geht's wieder? Nein, der wackelt immer noch, der ist immer noch verbunden. Verdammt. Jetzt sind's drei Würfel in dem Verwund. Verdammt. Na toll. Na toll. Oh, was ist ein scheiß Chaos? Was ist ein scheiß? Ich wollte nur, dass du was probieren. Komponents. Vielleicht kannst du da neue Würfel setzen. Kannst doch bestimmt neue Würfel hinzufügen. Plastik, ähm, D6, 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 D6. Er spawnt nicht. Er macht jedenfalls Geräusche, dass er spawnt. Ja. Aha. Wir spielen heute nicht mehr zu Ende. Das wird nix. Die sind immer noch untaktisch. Oh, ein weißer Würfel. Diesen weißer Würfel. Oh, komm, machen wir es doch noch lustiger. Wir sind auf einmal lila. Wer ist, nee, das ist meine. Ich habe eine 7 gewürfelt. Was zum Henker? Ich kann meine Figuren nicht mehr richtig greifen. Was ist passiert? 5. Ja. 1. Ich darf raus. Okay. Ähm, wollen wir das jetzt hier beenden? Sagen wir mal. Ich sortiere mal kurz Würfel zur Seite. Ich würde mal. Also funktionierende Würfel genug haben wir jetzt, Dieter. Ich würde sagen, Prop hat gewonnen. Jetzt, wo wir wissen, wo sie sind. Oder? Wir waren am weitesten am Ziel dran. Ich auf jeden Fall nicht. Und du hast die schwarzen Bausteine auch noch verbunden. Jupp. Jupp hast du. Hm, wie viel ist denn das? 19.000 Dollar. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wetten wir diese Sache an dieser Stelle. Ja, war lustig. Karotisch, aber lustig. Nächstes Mal vielleicht mit Modi wieder. Und vielleicht mit Takeru mal zur Anwesendung. Ja. Mal schauen, ne? Tables. Wunderfall. Okay. Rote Röner. Hau zum. Was kommt eigentlich? Das sieht so scheiße aus. Ich ärgere dich nicht mitten auf dem Pokertisch. Ja, warum nicht? Ui. Yay. Und tschüss. Und tschüss. Ja, wie sind Sie? Nichts. Bis zum nächsten Mal.